So, wir sind mit einem neuen Podcast und ich habe heute, und das will ich jetzt ganz erstmal, generell erst am Anfang sagen, das ist einfach mal eine These und das kann, ich kann komplett falsch liegen. Ich kann, wie gesagt, komplett falsch liegen und vielleicht liege ich auch komplett falsch. Aber ich bin letztens mal über diesen Artikel gestolpert und ich habe mir da mal so einen Gedanken gemacht und dachte mir, wie genau funktioniert das eigentlich, beziehungsweise zwischen welchen Viren unterscheiden diese Tests eigentlich. Und ich mache es ganz kurz, hier gibt es im Prinzip diesen Artikel, die derzeit auch in Deutschland grassierende Vogelgrippe könnten auch Menschen gefährden. So, wenn wir ein bisschen weiter runter gehen, zum Beispiel, können wir nochmal lesen, die Vogelgrippe ist nun weiterer Vertreter jener Gruppe, der zu der auch SARS-CoV-2 gehört. Also das bedeutet, die Vogelgrippe ist genauso ein Ableger, beziehungsweise es passiert genauso auf SARS-CoV-2 wie Covid-19. Und ich finde diese Überschrift lustig, eine halbe Million potenzielle Pandemien. Wenn man halt einfach wirklich in allem wirklich eine Pandemie sieht, das ist halt ein bisschen bitter. Ja, aber hier ist mal dieses Ding. Wir haben hier die Vogelgrippe, die angeblich in Deutschland grassiert und es ist ein Teil von SARS-CoV-2. Und ich dachte mir, kann es eigentlich sein, dass die Covid-19, also dass die, in Anführungsstrichen, Corona-Tests, gar keine Covid-19-Tests in dem Sinne sind, sondern einfach nur auf SARS-CoV-2 testen. Und dann dachte ich mir, okay, ich informiere mich mal, ich schaue einfach mal, was das RKI sagt. Ich meine, ich sage hier übertrieben viel und ich will hier nicht alles durchlesen, weil ich faul bin. Und dann dachte ich mir, okay, die Suchfunktion SARS-CoV-2. So, wir schauen uns einfach mal ein bisschen um. Hier haben wir zum Beispiel mal diese Abstriche. Stellen derzeitige Referenzmethode der Probenentnahme für den Nachweis von SARS-CoV-2 aus dem oberen. Also, hier im Prinzip steht, schwarz auf weiß eigentlich, dass der Nasenabstrich nur SARS-CoV-2 nachweist und nicht Covid-19. Jetzt kann man sich natürlich, jetzt kann man das Ganze auf zwei verschiedene Arten interpretieren. A, es wird einfach falsch dargestellt, vielleicht der Einfachkeit halber, wobei das halt trotzdem nicht wirklich einfach ist und eigentlich eher komplizierter wäre. Ja, also, entweder ist es falsch dargestellt oder ich habe vielleicht tatsächlich recht. Das heißt, jetzt muss man sich wirklich mal die Frage stellen, wie genau funktionieren diese Tests eigentlich? Und ich denke mal, also ich meine, es ist eigentlich so offensichtlich, dass da eigentlich ja irgendwer mal drauf kommen hätte müssen, meiner Meinung nach. Also, es kann nicht jetzt sein, dass ich jetzt hier der Erste bin, der auf die Idee kommt, hm, es gibt Vogelgrippe, hm, es ist SARS-CoV-2, hm, diese Tests sind, die testen auf SARS-CoV-2. Kann es einfach wirklich sein, dass diese Tests in Wirklichkeit aktuell Covid-19 und Vogelgrippe nachweisen und die Covid-19-Fälle in Wirklichkeit zum riesigen Teil Vogelgrippe sind? Und interessanterweise muss man auch dazu sagen, ist das Ganze ja, wie soll man sagen, es ist, es ist, es ist komisch, sagen wir einfach mal so. So, denn Vogelgrippe wird nicht von Mensch zu Mensch übertragen, zumindest nach aktuellem Wissensstand und nach aktuellem Mutationsstand. Die werden aktuell nur von Tier zu Mensch übertragen, wenn überhaupt. Und ich meine, hier ist einfach mal diese Frage, kann es wirklich sein? Und ich meine, es ist, es ist schwer zu sagen, es ist echt schwer zu sagen. Ich meine, klar, wo würden sich so viele Leute jetzt an Tieren infizieren? Andererseits muss man auch dazu sagen, wie kann es sein, dass das theoretisch gleiche Virus bei manchen tödlich ist und bei 90 Prozent aber komplett nichts macht? Ich meine, Covid-19 ist zu, also Sex, also die Dunkelziffer ist sechs bis zehnmal so hoch, das heißt, sechs bis zehnmal so viele haben keine Symptome. Das bedeutet, die meisten Leute haben halt, sie spüren halt nichts. Und ich meine, kann es halt wirklich sein, dass es das gleiche Virus ist oder vielleicht ist es auch die Vogelgrippe? Und ich meine, die Vogelgrippe ist im Prinzip ja nichts anderes als eine, ja, als eine Erkältung, glaube ich, oder irgendwie sowas, irgendwo geschrieben. Gut, das Einzige, was dagegen spricht, ist, wo würden sich so viele Leute mit der Vogelgrippe infizieren? Andererseits muss man sagen, es gibt gerade die Ausbrüche dort, wo mit Tieren gearbeitet wird. Ich meine, jetzt überleg mal, zum Beispiel die Schlachthöfe, gibt es die ganze Zeit große, in Anführungsstrichen, Covid-19, ja, Ausbrüche. Und ich meine, wie kann es denn sein, dass genau solche Betriebe, die das verarbeiten, diese Ausbrüche haben? Ich meine, es gibt zum Beispiel auch bei diesen Spargelhöfen, also was im Prinzip ja auch sehr oft einfach Bauernhöfe sind, wo Geflügel und Vögel und was weiß ich alles rumschwebt, rumfliegt und rumläuft. Auch da ist es so, dass zum Beispiel da die großen Ausbrüche öfter mal waren. Und ich meine, ich finde es komisch, wisst ihr? Ich finde es einfach mal komisch. Und das Ding ist natürlich auch, es gibt einfach so viele Widersprüche. Momentan ist es zum Beispiel so, A, Corona verbreitet sich schlechter oder beziehungsweise im Sommer ist Corona weniger aktiv als im Winter. Andererseits muss man allerdings dazu sagen, einerseits sind unter Umständen die Vögel im Winter ein bisschen näher, die Leute füttern die Vögel und keine Ahnung. Gut, weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen. Aber warum zum Beispiel ist es im Sommer bei uns weniger, also warum gibt es bei uns im Sommer weniger Covid-19-Fälle? Und in Indien, wo es fast immer warm ist, gibt es einfach Hunderttausende. Also ich meine, ich verstehe nicht, wie das ein und dasselbe Virus auf Temperaturunterschiede unterschiedlich reagieren kann. Also gibt es für mich keinen Sinn. Also wie gesagt, vielleicht sind es auch zwei, vielleicht sind es sogar drei oder vielleicht sogar vier verschiedene Viren. Das ist halt einfach gerade die Frage und das ist halt einfach das, wo man sich wirklich mal die Frage stellen sollte, kann es sein, wie gesagt, vielleicht liege ich falsch. Und das ist jetzt keine Verschwörungstheorie, es ist einfach eine These. Ja, es ist einfach eine These und ich persönlich weiß nicht, wo ich recherchieren kann und soll. Hier zum Beispiel auch nochmal SARS-CoV-2 PCR-Testung und so. Also wie gesagt, die ganzen Tests hier auch, sorry, wo war es? Hier war es. Die ganzen Tests testen nur SARS-CoV-2. Und wenn es RKI verlässliche Informationen liefert, wovon wir jetzt einfach mal ausgehen. Also wir sehen hier wirklich überall SARS-CoV-2, SARS-CoV-2, SARS-CoV-2. Wir können auch mal suchen nach Covid-19, habe ich auch schon gemacht. Covid-19. Hier wird nichts davon geschrieben, hier gibt es übrigens 69 Treffer, dass dieser Test Covid-19 testet. Es wird nur SARS-CoV-2 getestet. Ich finde es auch interessant, hier wird SARS-CoV-2 mit Covid-19 gleichgestellt, was eigentlich falsch ist. Also SARS-CoV-2 können x verschiedene Viren sein. Oder nicht x verschiedene Viren, aber x verschiedene Krankheiten sein. Und das ist im Prinzip eigentlich falsch. Und ich meine dafür, dass das das RKI ist, welches ja irgendwie sowas beruflich macht, also ich finde das komisch. Also wie gesagt, wir sehen hier, wie gesagt, hier ist nichts, hier wird nichts, generell nicht von Covid-19-Tests gesprochen, hier wird von SARS-CoV-2-Tests gesprochen. Andererseits wird SARS-CoV-2 mit Covid-19 gleichgesetzt, was irgendwie falsch ist. Also ich weiß es wirklich nicht, an was man jetzt hier wirklich glauben soll, beziehungsweise wie verlässlich das hier ist, was die schreiben. Denn ich weiß es nicht. Es ist einfach mal ein komplett offenes Video und mich würde einfach mal eure Meinung dazu interessieren.